Wenn wir Games auf dem Smartphone etwas professioneller und ernsthafter spielen wollen, dann brauchen wir entsprechende Hardware. In dieser Folge von Gaming Gadgets fürs Smartphone haben wir uns den Firestick Grip angeschaut und wollen damit jetzt mal eine Runde Fortnite spielen. Als allererstes bauen wir das Ding jetzt aber mal zusammen. Wir haben hier dieses Gerät und das wird sozusagen auseinandergezogen und damit haben wir schon mal unsere beiden Griffe für den Controller, den wir gleich bauen. So, das Ganze klappen wir jetzt hier aus und das machen wir auf der anderen Seite auch. Und damit haben wir jetzt hier eine Verbindung, die wir herstellen können, darüber, dass wir das ineinander schieben und jetzt können wir hier gleich das Smartphone einklemmen. Was wir aber auch noch brauchen, was so ein guter Controller nämlich hat, sind Schultertasten. Und diese Schultertasten haben wir hier als einzelne Objekte und können die oben auf das Smartphone drauf montieren. Dafür stecken wir das Ganze hier an die Position, an der wir das haben wollen und ziehen dann hinten einmal den Hebel fest, mit dem hier ein bisschen Spannung aufgebaut wird und dann der Knopf hier nicht mehr verrutschen kann. Genau das Gleiche machen wir auf der anderen Seite, auch da kommt als allererstes das an die Position, an der wir es haben wollen. Dann ziehen wir das hier hinten fest und schon haben wir hier hinten Schultertasten, die wir bedienen können. Als nächstes müssen wir dann nur noch das Smartphone hier in die Halterung reinsetzen, das ein bisschen auf Spannung bringen, damit es hier auch wirklich fest drin sitzt und fertig ist unser Smartphone-Controller. So, jetzt bin ich hier in meiner ersten Runde Fortnite unterwegs und das Ganze funktioniert extrem gut. Ich habe die Triggertasten also jetzt oben an dem Smartphone angebracht und ich kann hier in den Einstellungen von Fortnite auswählen, wo sozusagen meine Aktionstasten liegen sollen. Das heißt, ich kann frei auf dem Display diese Aktionstasten verschieben und habe sie jetzt genau an die Position geschoben, wo jetzt der Trigger auch trifft. Und das heißt, ich kann jetzt hier rüber über die Schultertaste, kann ich mit meiner Pickaxe, kann ich hier zuschlagen und kann hier Sachen abbauen und kann mit der anderen Schultertaste kann ich zielen. Ein kleiner Nachteil bei der ganzen Geschichte ist, dass sich halt auch diese Schultertasten ab und zu mal ein kleines bisschen verschieben. Das heißt, man muss da auch ein bisschen drauf achten, dass man gerade dann, wenn das hier spannend wird in diesem Spiel, dass man dann unter Umständen mal mit dem Trigger auch ein Stück weit verrutscht. Das kann passieren, darauf muss man achten, aber ansonsten ist das Ganze hier eine relativ gut funktionierende Angelegenheit. Eine Sache, die hier extrem gut funktioniert, ist der Grip innerhalb des Griffes. Das heißt also, die Griffe, die ich hier an den Seiten habe, die sitzen sehr, sehr fest und auch das Smartphone sitzt sehr, sehr fest darin. Ich kann das ganz, ganz frei bewegen. Nur die Beweglichkeit der Trigger ist eine Sache, die mal zu einer Sache führen kann, die ich mir so vielleicht nicht gewünscht habe. Also, dass ich hier bestimmte Punkte verschiebe. Ich steuere hier immer noch mit den Fingern auf dem Display. Das heißt, die Sticks, um mich zu bewegen und mich umzuschauen, sind immer noch auf dem Display, sind also digitale Sticks. Und alles, was dann dazu kommt, sind halt jetzt diese mechanischen Tasten. Und das, was die Schultertasten machen, ist, dass sie meinen Fingerdruck imitieren darüber, dass ich hier so einen kleinen Gummipropf habe, der sozusagen durch den Druck auf das Display gedrückt wird, wird dadurch imitiert, dass ich das mit dem Finger getan hätte. Und darüber kriege ich hier die Steuerung hin. Was tatsächlich extrem gut ist, ist die Wertigkeit. Also, wenn dieser ganze Griff fühlt sich gut verarbeitet an. Es hat keine Kanten vom Plastikguss oder sowas, die jetzt unangenehm in der Hand liegen. Es ist auch nicht rutschig, sondern es hat so eine leichte Textur, sodass ich halt vom Controller nicht leicht abrutsche. Und das ist ganz angenehm. Zusätzlich muss man sagen, dass diese Spiele, die man damit spielt, wie jetzt beispielsweise Fortnite, natürlich relativ rechenintensiv sind. Das heißt, unser Smartphone wird relativ schnell auch mal heiß. Dadurch, dass ich hier aber die Griffe an den Seiten des Telefons habe, komme ich gar nicht wirklich damit in Berührung. Und damit kann auch das Smartphone ein bisschen heiß laufen, ohne dass es irgendwann anstrengend wird, das Ganze weiterhin in der Hand zu halten. Alles in allem bin ich mit dem Firestick-Grip ziemlich zufrieden. Das Ganze fühlt sich wertig an. Ich kann damit viel besser Fortnite spielen, als ich es so direkt auf dem Display hätte machen können. Und dadurch, dass ich halt die Möglichkeit habe, in bestimmten Spielen auch die Eingabefelder zu verschieben, kann ich mir das Ganze so customisen, wie ich das brauche, um eine erfolgreiche Runde zu spielen. Und was soll ich sagen? Ich habe die erste Runde ja auch direkt mit meinem Team gemeinsam gewonnen. Also scheint das Ganze ja ein Erfolgsgarant zu sein für alle, die Fortnite oder andere Spiele auf dem Smartphone spielen wollen. Abonniere den O2-Kanal, um keins unserer Videos mehr zu verpassen. Und nicht vergessen, der Klick auf die Glocke.